moin zusammen und willkommen zurück zum zweiten teil von endlosem staunen hier ist unser kumpel ja so ich kann nicht sehen ach warte das mal regeln wir schon so wunderbar ach ja viel besser und nein ich kann noch mehr machen gut da oben auch gut okay ist jetzt hübsch hier noch einer hier okay und das feuerzeug ist im eimer so jetzt echt hübsch hier da oben ein klassisches bild eine piratenflagge soll mir finden eine schlange feuerzeugen buffalo und maske okay flugzeug buffalo und maske maske flugzeug und buffalo haben wir das ist nicht buffalo buffalo haben wir irgendwo anders keine ahnung suchen wir jetzt mal weiter kamel, robbe und pinsel kamel, pinsel und ist das eine robbe? ne robbe, robby, robby, wo steckst du? kann ich dich noch irgendwie beiseite schunkeln? nee das geht leider nicht ähm hier ist hier eindruck da? ne das ist er auch nicht wo ist er? äh hier? okay das ist buffalo und die robbe ist... ah irgendwo anders das sind alles hunde ne? ja okay keine ahnung motte, kette und rose, motte, rose, na und die kette ist... ist das da? ne ist das die kette? das ist die kette so aber wir sollen hier noch ein mikroskop finden das soll hier noch irgendwo versteckt sein wo mag denn das wohl sein? hmmm... irgendwas sollen wir erledigen? ach die robbe habe ich auch noch nicht gefunden hä? okay robby? robbe da? ne robbe? ist die hier irgendwo hinter? nein? okay robbe 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 nein nicht dahinter okay hier irgendwo dahinter da hat sie eben geklimpert? nein hat nicht geklimpert das hier deutet ja schon darauf hin, dass das bild möglicherweise verschoben werden kann aber hm... das lässt mich nicht also wo kann die robbe noch sein? an einem der rahmen nope nicht an einem der rahmen äh rahmen ähm... hier im... im bild auch nicht im bild das hier sind tatsächlich alles hunde das zählt nicht äh... hupsi hm... das war schon vorher so warte mal, aber habe ich die... ich habe die robbe doch jetzt gar nicht gefunden, oder? präzise suche schließe vier bildspiele ab ja, okay äh... okay cool hier haben wir einen aktuell... die filmrolle fehlt kein ding haben wir zu viel dabei jetzt noch einschalten äh... wer bist du denn? wir haben die meisten unserer Forschung auf Hod er hat die Augen verbreitet und war der blinde Gott der starren Nacht hm... also... da so... ne... das ist bedeckte Augen Sternen reichen hier sind... ne... was soll ich tun? blind... okay... bedeckte Augen und Sternen reichen die Nacht da fehlt noch ein Stern okay... ein Stern... zwei... drei... vier... fünf... okay... noch mehr? öh... hier ist noch ein Stern ja... blumen... tata... 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 blumen... 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 da so... das aber nicht nett da ist der Error ich muss die Schleife finden Ich sollte eine Schleife finden? Okay. So. Und Fump. Hm. In einem riesigen Berg. Nun, das ist ja alles ein Berg. Also, insofern da. Hm. Tentakel. Yeah. So. Und der Eingang. Das ist aber nicht nett. Das geht hier in die falsche Richtung. Die Seelen. Okay. Okay. So. Nicht. Oh. Okay. Upsi. Zu heiß geworden. Ah. Irgendwas ist da passiert. Was ist hier passiert? Die Sicherung. Die nehme ich mal mit. Gut. Okay. Hier haben wir noch eine Kiste. Die aber bedauerlicherweise verschlossen ist. Ich muss das Schloss doch knacken können. Wahrscheinlich. Das haben wir hier mit dem Hammer. Und die Birne nehme ich auch mit. Sehr lecker. Das sieht nach Peters Schreibtisch aus. Tja. Ich kenne die Kombination nicht. Das ist leider nur zu wahr. So. Haben wir denn hier noch mehr? Nee. Warte mal. Hier kann ich das damit knacken? Nein. Aber warte mal. Das leuchtet noch. Irgendwas bewegt sich hier noch. Seht ihr irgendwas, was sich bewegt? Dahinten. Das sieht verdächtig aus. Das ist verdächtig. So. Was noch? Hallo Kleiner. Okay. Möchtest du eine Birne? Nee. Ist ja niedlich. Und dafür gibt er uns die Kombination. Und das nehme ich auch noch mit. Okay. Vielen Dank. So. Ist das die Kombination für den Tisch? Lass gucken. Ja. Also. Das. Ach so. Nee. Einstellen. Erst den da. Dann den da. Dann den Baum. Und dann das da. Genau. So. Zack. Nehme ich auch mit. Peters Tagebuch. Na. Jetzt bin ich mal gespannt. Baldröder. Gott des Sommers wurde mit einem Pfeil umgebracht. Und der blinde Gott wurde wegen seiner Verbrechen eingesperrt. Das sind Vokitas Notizen. Loki, der Formwandergott, war berühmt für seine Streiche. Hm. Treffen wir auf Loki. Den haben wir doch beim letzten Mal, glaube ich, schon kennengelernt. Oder? Äh. Taschenemblem. Äh. Wo kommt denn ein Taschenemblem hin? Hier nicht. Das hatte ich schon probiert, ne? Ja. Handschuhe. Nein. Hat er nicht. Okay. 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 So. Äh. Guter Denker. Schließe acht Minispieler ab, ohne sie zu überspringen. Hm. Ist mir ein Vergnügen. Oh. Katsching. Uh. Das nehme ich mit. Das nehme ich nicht mit. Okay. Wir müssen Benzin besorgen. Das ist easy. Das kriegen wir hin. Warte mal. Das geht doch hier. Ja. Hier. Das Fass ist voller Benzin. Hä? Aber. Ach so kann ich den ja hinstellen. Jetzt war ich aber noch nicht laut. Ach nee. Das fließt auch so rein. Auf magische Weise fließt auch nichts daneben. Und wir brauchen auch. Es ist auch nicht nötig, das irgendwie zuzusperren. Ist okay. Ja. Nun denn. Oh nein. Alles kaputt. Alles im Eimer. Wie gut, dass wir zuvor die Sicherung einge... Davon gibt es ja auch nicht mehrere Sorten. Super. Jetzt muss ich den Motor starten. Und die Seilbahn funktioniert wieder. Da ist ja eine Gondel. Na sowas. Ach. Hier muss aber noch was. Ist es schlau, das abzuschließen? Ja. Okay. Bringen wir vielleicht erstmal der Dingens Uschi. Wie heißt sie noch? Bringen wir ihr Mikroskop hier. Ich fühle besser. Ich erinnere mich. Der Chefminer ging verrückt. Seine Augen blöden blöden. Er schloss Peter auf den Pid. Und dann schloss er es ab. Ich habe gar nicht erlaubt. Hier. Geh das. Use den Wagen, um die Minesentrenz zu erreichen. Bitte. Du musst Peter schlauern. Ich habe Fragen. Mann. Torschlüssel. Okay. Ja, das ist cool. Stammt auch aus deinem örtlichen Dings. Er ist nackig. Woher zaubert er diese ganzen Sachen? Hey. Kommt ihr klar? Bitte finde Peter. Natürlich. Natürlich. Sehr gern. Er ist nackig. Sollte sie ihm das Zeug nicht schon alles abgenommen haben? Das nehme ich mal mit. Und das da auch. Ich sollte lieber nicht auf die Kohle steigen. Total verrostet. Okay. Was kann ich denn hier noch losdingsen? Ach, warte mal. Hier kann ich noch was losdingsen. Da. Guck mal. So. Das ist eine gute Idee. Hier kommt ein Emblem hinein. Wunderbar. Und da finden wir Öl gut versteckt. Und die Rassel nehmen wir auch mit. Ich weiß zwar noch nicht wozu, aber hey. Okay. Dann nichts wie hoch. Also. Erstmal hier geölt. Nur ein geölter Blitz. Oh. Alles können er. Verlege das Kabelsystem der Mine. Was? Äh. Was? Der Mann ist hier. Geh weg. Äh. Okay. Es tut mir leid um den Kerl da, aber... Er ist... Miner wieder. Bei. Cool. Okay. 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 ein Schloss. Oh. Sieht auch ein bisschen nach Siberia aus. Ich brauche einen Schlüssel. Hm. Und das Dingelchen hier, ne? Und das Dingelchen hier, ne? Ja, vermutlich. So, lass mal gucken, was in der Tasche drin ist. Oh nein. Ach, haben wir bei. Gut. Yeah. So, Eispickel. Sehr nützlich. Und was ist das? Ein Aufzugteil. Oh, warte mal. Ist das vielleicht schon dieses hier? Nein, das sieht nicht danach aus. Nein. Nein. Das sieht hier zwar wie ein Aufzug aus, aber... Nein. Okay. Was haben wir noch? Guck mal. Bäh. Okay. Hallo, Vogel. Was? Was hat uns das jetzt gebracht? Von ihr aus kann ich das nicht erreichen. Äh. Was? Hä? Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Oh. Okay. Rums. Rums. Okay. Einfach nur rechts, links. Oh, hi. So, da ist ein Schleifel. Näh. Die Möwe sieht gefährlich und stur aus. Allerdings. Das haben Möwen so an sich, ne? Gefährlich und stur. Alle beide. Das Band nehmen wir mit. Mit. Äh. I. I. Okay. Knochen und Schnurren mit Haken. Sehr gut. Äh. I. Warum? I. Okay. Was haben wir denn da? Komm, mir ist das nur so froh, oder? Sind die Ladezeiten gerade unterirdisch? Hm. Ist schon irgendwie merkwürdig, ne? Es bewegt sich einfach nichts. Ich muss jetzt ein paar andere Teile aus dem Weg schaffen. Ja, klar. So. Ich rendere nebenbei ein Video. Also insofern, es kann durchaus sein, dass das hier Einfluss hat. Hm. Ich muss mir das echt abgewöhnen, das Parallel zu machen. Das ist ja furchtbar. Ja, aber sonst kriegt er morgen kein Video. Woher kommt das Licht? Keine Ahnung. Lass es uns ja rausfinden. Ich sollte den Aufzug nehmen. Allerdings. Oh, da ist noch was. Warte mal. Hier. Ja. Okay. Schlüssel. Cool. Damit kommen wir schon mal hier hoffentlich heran. Äh. Hier scheint ein Teil eines Schlüssels zu fehlen. Oh, das hier. Ah, okay. Ah, okay. Und dann passt er nämlich auch hier unten rein. Ah, cool. Okay. So, Info. Wähle die farbigen Kacheln aus und positioniere richtig, um einen Weg zu erzeugen. Führe dann den Schlüssel von der linken Seite zum Ausgang auf der rechten. Wenn du an allen Zahnrädern vorbeiziehst, werden Wege versperrt und oder geöffnet. Die farbigen Kacheln richtig? Was? Ach so. Äh, okay. So, oder wie hättest du das gern? Ah, das war vielleicht nicht ganz so richtig, ne? Ja, also grün, du scheinst doch... Hm. Geht nicht. Ich muss erst den hier nehmen. Warte mal, ist das hier richtig? Nee, da soll nämlich ein blauer hinein, ne? Okay, dann bastel ich dich erstmal wieder da oben hin. Der gelbe, den muss ich auch einfach nur aus dem Weg schaffen, ne? Ja, allerdings. Okay, der grüne kommt jetzt oben hinein. Vielleicht ist es dann doch cleverer, den hier erstmal unten zu lassen. Und den, ja, irgendwie so. Nee, bringt mir nix, ne? Ähm, okay. Warte mal. So. Dann kann ich den... Nee, da kommt ein Zweier hin. Na, der wird immer kompliziert. Okay, so. Guck mal, der... Ja, einer schon mal richtig. Okay, super. So, der rote kommt da hin. Fähre ich den mir schon raus? Doch, warte mal so. Nee. So noch nicht. Jetzt kann ich den... Doch, ich kann den noch ver... 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 Verdingsen. Okay, das geht. Okay, und dich muss ich irgendwie... Warte mal, so und so. Dann geht das. Ah, guck mal. Ja, funktioniert. Cool. Okay, so, der blaue, du kommst hier. Das ist schon klar. Und ich brauche erst mal ein bisschen Raum, um den roten hier durchzukriegen. So, da hin und so hin. Okay, das passt schon mal. Gut, hier bekommt der Türkise hin. Und dann so. Passt das? Ja, passt auch. Klasse. Okay, du kommst ohnehin auf die Seite und du hier unten hin, gell? So, jetzt haben wir das schon mal. Okay. Und jetzt sollte ich den... Wie war das noch? Ich führe dann den Schlüssel von der Linken zur Ausgang auf der rechten Seite. Also dorthin. Okay. Ja, das ist cool. Aber das funktioniert so nicht, ne? Äh, nee. Hä? Okay. So geht's auch nicht. Also ich habe ja nur die Chance, entweder hier lang zu gehen. Und dann, warte mal. Ah, jetzt komme ich hier rein. Okay. Und dann hier lang. Okay. Gut geschnallt. Und hier kann ich dort lang gehen. Äh, ja. Aber nicht so gut, ne? Nee, ich muss das so rum machen. Und jetzt so und dann hier. Na guck. Geht. Jawoll. Geh in die Mine. Gibt's auch ein Achievement für Minispielen in zwei Stunden gelöst? Er ist doch ziemlich eindeutig besessen, ne? Ziemlich eindeutig. Okay. Hier haben wir entweder einen Kumpel oder etwas, das sich bewegt. Lass mal gucken. Das hier sieht verdächtig aus. Aber da ist schon so ein Dingelchen. Da ist ein Kumpel. Ja, okay. Schön. So, was haben wir denn hier? Dieses Leerstück wurde professionell gefärbt. Und da komme ich nur nicht dran. Okay. Ja, gut. Ja, okay. Was haben wir da? Da ist ein Axtkopf. Oh, hier, guck mal. Eine Schaufel. Der arme Rabe. Was hat er denn getan? Ohne Griff komme ich hier aber nicht weiter. Das Ding alleine kann ich nicht mitnehmen. Und hier braucht es auch wieder einen Hammer. Der mittlere Teil fehlt. Was ist mit dir? Hier, diese Statue erinnert mich an den nordischen Gott Odin. Mhm. Diese Speiche sieht lose aus. Genau wie der Nagel. Warte mal hier. Die ist komisch gestapelt. Warum das denn? Ah, nochmal. So, nochmal. Okay. Ah, weil das Ding da drunter lag. Okay. So, und dann können wir die Speiche mitnehmen. Cool. Warte mal. Die Speiche könnte hier geeignet sein für... Ja, das passt wunderbar. Ja. Super. So. Ähm. Hier haben wir auch noch was. Was? Diese Bretter sind sehr gebrechlich. Auch sein guter Schlag. Und sie werden Geschichte sein. Na, siehste. Wir lassen uns selbstverständlich von dem Typen nicht beirren, sondern machen weiter, ne? So, was möchtest du denn alles? Du möchtest wieder, dass ich Dingelchen finde. Okay. Okay. Das da? Nee. Äh. Okay. Ich klicke mal einfach auf alles, was irgendwie komisch aussieht, ne? Die Laterne scheint zu fehlen. Hier, das ist ein Mikro. Das geht nicht. Das da? Das da? Okay. Das da? Der Helm? Uh. Der Helm ist aber auch mal schick, doch. Fledermäuse mögen kein Licht. Fledermäuse mögen kein Licht. Ach so, das ist die Helmlampe. Ah, okay. Ach, wie cool. Ja. Gut. Wir haben noch ein Hörnchen. Das ist nicht das Hörnchen. Und dann ist hier noch irgendwas versteckt. Da ist das Hörnchen. Und irgendwas ist... Halt, da. Da ist es versteckt. Gut. Haben wir. Jawohl, ja. Gefunden ein Emblem, das ohne Zweifel hier unten draufkommt, ne? Dass das für uns noch keiner entdeckt hat. Lass mich raten, nachspielen, ne? Wiederhole diese Grenz, die auf den Steinkreisen angezeigt wird. Natürlich. Okay. Gut. Ein kurzer Moment der Konzentration. Äh. Was ist hier? Führen den Kopf durch eine Aussparung bis zum Endpunkt am oberen Spielrand, ohne eine Aussparung zweimal zu verwenden. Okay. Das braucht einen Plan. Warte mal. So. So. Da nicht. Das müssen wir zum Schluss machen. Vielleicht gehen wir erstmal in eine andere Richtung. Hier. Da. So. Ne. Ich muss oben umgehen. So. Da. Ich hoffe, dass hier abknicken geht. So. Okay. Ja. Könnte relativ easy werden. Ne. Nein. Warte, ich will hier lang. Ne. Abknicken geht nicht. Okay. Ja. Dann bin ich gespannt, ob das noch funktioniert. jetzt so. Hier geht abknicken. Das ist super. Ach so. Hier kann ich auch da lang fahren. Da. Moment. Möchte ich da schon lang? Hier unten. Doch. Ich möchte hier unten lang. Da entlang. So. Hier. Runter. Und da. Und da hoch. So. Jawohl. Ja. Nochmal, dass das hier unten keiner entdeckt hat. Ich meine, wir sind echt die Ersten, die hierher kommen und sagen, hey, ist alles easy peasy. Okay. Hier haben wir noch irgendwas mit dem Leder. Da ist etwas. Ja. Irgendwofür werden wir das noch brauchen. Aber nicht im Moment. Die Höhle. Die Höhle. So. Hier ist unser Kumpel hier. Sollte den Kiefchen untersuchen. Aber zuerst müsste ich ihn erreichen. Äh. Es kann es nicht schneiden. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Das nehme ich mit. Ach so liebe Zeit. Okay. Wow. Äh. Hier sind Schätze. Wikinger hatten Schilder, an deren Seiten ihre Schiffe, an denen sie gesegelt sind. Okay. Voice in Blame. Ja. Das da. Uh. Einsiedler kriege. Wir sind verwundbar ohne ihr Schneckenhaus. Wie geht's? Das stimmt. Wir müssen ja in die Knochen sammeln. Wie geht's? Kann ich das mitnehmen? Nein. Ah. Okay. Gut. Irgendetwas, das sich bewegt, ne? Das nicht. Aha. Was bewegt sich? Hat er schon entdeckt, das Morphin-Objekt? Also irgendein Teil gibt's hier. Kann ja natürlich auch sein, dass einer unserer Kumpel hier rumhängt. Hier, das Schiff könnte nützlich sein. Ja. 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 Hier? Nein. Nein. Wo ist es? Da ist es. Ja. Okay. Alles klar. Hab's. Gut. Ähm. Okay. Das da. Und die Sache mit den Schilden. Genau. Okay, aber sonst können wir hier im Moment nichts machen. Da geht's nur zum Krebs. Gut, gehen wir mal zum Tor weiter. Äh. Ja, hi. Oh, meine Güte. Was? Hm. Okay. Nein. Auf der Ernste. Nein. Okay, da scheint aber jemand ein Interesse daran zu haben, wenn wir es nicht herausgefunden wird, dass heute Rot unschuldig ist, ne? So. Hi. Ja. So, hier. Was haben wir da? Ein Schildteil? So ein Teil? Ein Knochen? Okay. Kettenfragment, Kombination, Siegelring. Und das hier? Die Flüssigkeit sieht aggressiv genug aus, um sich durch einen Panzer zu fressen. Ja, warte mal. Das hier können wir erstmal machen. Mit dem Siegelring. Jawohl. So. Da ist eine Katerin. Die verlorene Insel ist umgeben von türklichen Gezeiten, die nur nordische Segen dazu dann begieren müssen. Hm. Ich verstehe. Und da ist noch was drin? Oh, da ist noch eine ganze Menge drin. Eine Pistole. Na sowas? Eine Leuchtpistole. Aber wir haben dummerweise noch keine Munition für eine Leuchtpistole. Wer bist du denn eigentlich? Hier kann ich meinen Freund retten. Ich hoffe, der ist was retten. Okay, das nehme ich auch mit. Hier fehlen auf jeden Fall Teile. Äh. Aber es seid nicht ihr, ne? Nein, es seid nicht ihr. Hier muss ich da doch hinkommen. Da unten irgendwas fehlt da. Ist das die Kombination oder was? Der Wolf ist es jedenfalls nicht. Nee. Hm. Na gut. Im Moment geht das noch nicht. Hier und schon wieder der Rabe. Ah, warte mal. Das ist so ein Schild. Ja, genau. Dann weiß ich dann, wo wir damit hinkommen müssen. Ja. Brums. So. Setze das Bild wieder zusammen. Dreh die Kreise, um das Bild wieder herzustellen. Natürlich sehr gern. So. So. Ungefähr. So. Das ist ein Glück, bewegen die sich nicht gegenläufig. Ah. Okay. Aha. Hier bewegen sie sich. Okay. Klasse. Nee, warte mal. Du gehörst da oben hin. So. Du musst als Letzter ran, ne? Und ihr bewegt euch zusammen. Okay. Das heißt, du kommst vorher dran. So. Dahin. Jetzt der Äußere. Und zuletzt der Innere. Ähm. So. Nee. Hier. Da. So passt das. Okay. Ihr beide bewegt euch zusammen. Und ihr bewegt euch gegenläufig. Und du bewegst die beiden, den Äußeren. Okay. Ah. Na gut. Und. Das machen wir zuerst. Erstmal eine grobe Richtung planen, ne? So. Ähm. Du kommst. Weiß ich nicht wie. So. Nee. Wie kann der denn? Wie kann der denn? So. Das sieht irgendwie. Nee. Sieht nicht passend aus. Wie rum passt. So rum passt das. Guck mal. So geht's. Okay. Und wenn ich euch jetzt schon mal so hin. Das funktioniert natürlich nicht, weil wir die Innere noch anpassen müssen. Also. Also. Dort hin. So. Dich kann ich jetzt nicht bewegen, ne? Nee. Sollte ich besser nicht. Okay. Warte mal. Wie hatte ich das hier eben zusammengefummelt? Nee. Shit. Wie hatte ich das hier eben zusammen gebastelt? So. Okay. Und jetzt noch hier. Komm mal. Kommt nicht hin. Nee, warte mal. Das passt ja auch noch gar nicht. So müsste es gehören. Okay. Und jetzt kommst du dahin. Äh. Wir kriegen die zusammen. Kann ich die nicht einfach einmal rumdrehen? Passt das nicht? So. Nee, leider nicht. Die bewegen sich genau gleich. Also brauche ich hier eine Vierteldrehung. Da eine Vierteldrehung. Wo ist es richtig? Ich habe gerade den Überblick verloren. Das bringt nichts, ne? Ich muss das so rummachen. Äh. Nee. Shit. Wie gehören die denn zusammen? Shit. Nee, so nicht. So. Okay. Auch nicht. Ah, der ist fies hier. Der ist echt fies. Müssen wir mal gucken. Also, der zeigt jetzt da nach oben. So. Und dahin. Nee, passt noch nicht. Aber schon fast, ne? Nee, nicht fast. Oder? Doch. Reicht. Okay, cool. Ah. Interessant. Okay. Das Schiff könnte nützlich sein. Das Schiff der Toten. Ja, super. Da gehen wir auch gleich hin. Gebt mir einen kleinen Augenblickpause. Ich hole mal eben Kaffee nach. Und bin gleich wieder bei euch. Macht's gut. Tschüss. Okay. 14.